Wir schauen uns heute mal an, wie wir aus diesem Bild dieses hier machen. Viel Spaß dabei! Und das Erste, was wir machen, bevor wir überhaupt starten, ist, also nicht wir, sondern ich zumindest, Workflow vorbereiten. Hier klicke ich mal drauf, dann wird mir eine Datei vorbereitet mit unterschiedlichen Ebenen. Die sind alle leer, aber so habe ich immer einen Standardaufbau von meinen Dateien und das sind die Standard-Ebenen, mit denen ich eigentlich immer arbeite. Ja, deswegen habe ich mir hier so eine Aktion geschrieben, die hinter einem Button von meinem Export-Tool klemmt. So, grundsätzlich haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, wir nehmen uns den originalen Hintergrund, also wir stellen die Person hier frei, nehmen uns den originalen Hintergrund und dunkeln ihn so weit ab, also reduzieren ihn in der Helligkeit, dass wir ansatzweise diesen schwarz- beziehungsweise gräulichen Hintergrund kriegen. Variante Nummer zwei ist, wir tauschen den Hintergrund einfach durch eine platte Fläche aus, also eine platte Farbfläche. So, und wir können beides mal versuchen, aber zunächst müssen wir erstmal die Person freistellen. Und dafür mache ich jetzt mal folgendes, ich dupliziere mir einfach mal die Hintergrund-Ebene und ziehe mir das Duplikat in meinen Retusche-Ordner. Zack. Original lasse ich Original, unangetastet. Und jetzt mache ich folgendes. Ich nehme mir einmal das Motiv-Auswahl-Werkzeug und lasse mal ein Motiv erkennen. Ja, das ist ja ein Photoshop-Automatismus, der versucht, dir innerhalb deines Bildes Motive zu erkennen und diese dann entsprechend freizustellen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Also du siehst, er rödelt noch, jetzt ist er fertig. Ah, ist okay, zumindest hier auf der linken Seite, hier rechts sehen wir, dass das nicht so gut funktioniert hat und hier oben die Haare funktionieren auch nicht so gut. Ja, ein Automatismus, den du bitte stets überprüfen solltest. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, ein Automatismus, den du stets überprüfen solltest. Wie gesagt, hier oben bei den Haaren funktioniert das nicht so gut. Hier haben wir noch einen Blitzer. Hier fehlt auch noch was. Und so weiter und so weiter. Ja, also nur so mittelcool, sage ich mal. Versuchen wir mal eine andere Möglichkeit. Und zwar nehmen wir mal Motiv auswählen. Schauen wir mal, was Photoshop hier draus macht. Im Übrigen, wenn du mehr zum Thema Freistellen wissen möchtest, schaust du gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Dort gibt es einen über neuneinhalb Stunden Videokurs zum Thema Freistellen. Dort erfährst du wirklich alles, was du wissen musst. Okay? So. Schauen wir uns das mal an. Hier oben an den Haaren funktioniert das schon wesentlich besser. Sieht viel besser aus. Hier haben wir noch einen kleinen Blitzer. Hier funktioniert das auch nicht so gut. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Ausgangsbasis. Wenn wir uns das jetzt hier mit dem Hintergrund mal angucken, finde ich das schon gar nicht so schlecht. Wir können ja jetzt hier mal eine Farbfläche anlegen. Also ich klicke hier unten auf dieses kleine Symbol. Dann auf eine Farbfläche. Und die könnte ich ja jetzt einfach mal mit einem dunklen Grau füllen. Und ziehe mir die Farbfläche hinter meine Bildebene. Das ist ja ganz wichtig. Wir wollen es ja dahinter haben. Und dann sehen wir, okay, das mit den Haaren funktioniert noch nicht ganz so gut. Und auch das funktioniert hier unten nicht. Also, was machen wir? Ganz ehrlich, wir stellen selber frei. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Wir können ja mal kurz nochmal probieren, mit dem Schnellausbauwerkzeug hier entlang zu gehen. Zumindest hier am Körper. Hier reißt es auch aus. Hier können wir auch nicht weiter. So, wir machen das jetzt einmal kurz händisch. Ich nehme mir mal das Zeichenstiftwerkzeug. Oder beziehungsweise ich nehme mir mal den Pinsel. Pinsel. Ebenemaske an die Ebene an die Ebene anlegen. Schwarze Vordergrundfarbe. Und jetzt pinsel ich hier einmal an der Außenkontur entlang. Und du wirst sehen, wie schnell das geht. Ich achte darauf, dass ich ein bisschen innerhalb der Person bleibe. Also des Objektes, das ich freistellen möchte. Damit ich nicht so einen unschönen Blitzer bekomme. Also etwas, was vom originalen Hintergrund nachher noch durchschimmert. Das brauchen wir nicht. Guck mal, jetzt sind wir schon hier oben. Die Haare umfahre ich mal ganz grob. Die werden wir gleich anders freistellen. Und dann geht es hier weiter. Auch ein paar Haare. Hier wird es ein bisschen kniffliger. Hier müssen wir dann etwas anderes uns überlegen. Und dann geht es hier aber weiter. Ja, wie gesagt, also hier gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Freistellmöglichkeiten, die du in Betracht ziehen kannst. Für mich ist das jetzt hier eine gute und einfache, die auch recht schnell geht. Und wie gesagt, da guckst du einfach auf meine Webseite vorbei, wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest. Na, schau mal. Jetzt bin ich hier selbst drauf reingefallen. Das ist ja gar nicht der Arm. Sondern der Arm geht hier weiter. Den gleichen Fehler gemacht, wie die Automatismen. Zack. Das gehört zum Person. So. Und dann gehen wir hier entlang. Runter. Und zack. So. Das ist unsere Ebenemaske. Jetzt müssen wir alles, was außerhalb der Person ist, noch komplett mit schwarz füllen. Na, weil eine Ebenemaske funktioniert ja so, dass alles, was auf der Ebenemaske schwarz ist, wird auf der davor geschaltenen Ebene komplett ausgeblendet. So. Und jetzt nehme ich mir einmal den Zauberstab, klicke einmal hier in die Weißfläche rein. So, ich sollte auch den Zauberstab nehmen. In die Weißfläche rein klicken. Jetzt ist es so, dass wir eine Auswahl von der weißen Fläche bekommen, allerdings geht sie nicht in die schwarze Fläche rein. Und wenn wir jetzt diese weiße Fläche mit Bearbeiten, Fläche füllen, schwarz füllen, dann haben wir hier eine kleine weiße Linie, die übrig bleibt. Deswegen müssen wir folgenden Trick anwenden. Ich mache das nochmal rückgängig. Wir haben unsere Auswahl mit dem Zauberstab gemacht. Jetzt gehen wir auf Auswahl, Auswahl verändern, erweitern und erweitern das um zum Beispiel drei bis vier Pixel, sodass die Auswahl in unsere schwarze Linie reinwandert. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten, Fläche füllen, sagen das Ganze mit schwarz füllen und fertig ist die Seite. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Das heißt in den Weißbereich klicken, bearbeiten, ach Quatsch, Auswahl, Auswahl verändern, erweitern, drei Pixel. Ah, hier brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Machen wir nochmal um drei Pixel, dann wären es insgesamt sechs Pixel. Das ist in Ordnung. Fläche füllen, schwarz. Zack, haben wir die Person freigestellt. Bis auf die Haare, um die kümmern wir uns jetzt. Das heißt, ich gehe hier jetzt einmal in die Kanäle und ich werde das Ganze jetzt über die Kanäle freistellen. Auch das ist eine Methode, die du im Videotraining lernst. Nehmen wir uns jetzt mal die Rot, also den Rotkanal. Den habe ich jetzt einmal per Drag & Drop hier unten auf das Plus gezogen. Dann habe ich eine Kopie bekommen. Und jetzt kann ich hier die Kontraste entsprechend verstärken, indem ich zum Beispiel auf Bild, Korrektur, Gradationskurve gehe. Und jetzt mache ich folgendes. Ich werde die Tiefen weiter abdunkeln und die Lichter weiter aufhellen. Dass ich hier einen schönen Kontrast zwischen Schwarz und Weiß bekomme. Nicht zu doll, dass es nicht zu sehr ausfranst, aber so finde ich das okay. Und jetzt kann ich folgendes machen. Ich kann mir diesen Kanal als Auswahl ziehen. Das mache ich mit Command bzw. Steuerung und Linksklick. Dann bekomme ich eine Auswahl davon. Jetzt gehe ich in meine Ebenen, gehe auf meine Ebenenmaske, nehme mir einen Pinsel, schwarze Vordergrundfarbe. Und jetzt kann ich ja in dem Bereich, der weiß ist, ich drücke mal Command bzw. Steuerung und H, diese Auswahl auszublenden. Sie ist im Hintergrund noch aktiv, aber ich habe sie ausgeblendet. Und jetzt kann ich hier über die Weißbereiche drüber malen. Schau mal. Das finde ich doch gar nicht so verkehrt. Das gleiche machen wir hier drüben. So. Das sieht jetzt so ein kleines bisschen fusselig aus. Dann gehe ich hier nochmal drüber. Aber das ist für mich hier jetzt eigentlich vollkommen in Ordnung, weil ich ja gleich weiß, dass ich dieses Bild noch in schwarz-weiß umwandeln werde. Und dann werde ich mal gucken, wie das in dem Zusammenspiel aussieht. Schauen wir uns das hier unten nochmal an. Das gleiche, schwarzen Pinsel nehmen und jetzt über den Bart malen. Das sieht doch schon ganz gut aus. So. Ich drücke mal, oder ich gehe auf Auswahl, Auswahl aufheben. Jetzt ist die Auswahl, die im Hintergrund noch aktiv war, nicht mehr aktiv. Und jetzt kann ich hier den letzten Feinschliff machen, indem ich diese hellen Linien wegnehme. Zack, zack. Genauso wie hier drüben. Einmal drüber gemalt. Und weg ist es. So. Jetzt zoomen wir mal raus. Und ich finde, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich würde jetzt noch eine Sache machen. Und zwar sind die Außenkonturen mir ein bisschen zu scharf. Ich gehe mal auf die Ebene-Maske, in das Eigenschaften-Fenster. Wenn du das nicht siehst, gehst du auf Fenster-Eigenschaften. Und gehe mal auf Auswählen und Maskieren. Und jetzt würde ich mit, ja. Nehmen wir mal diesen Pinsel. Noch ein bisschen über die Außenkontur drüber fahren. Ja, das würde ich nicht machen. Nehmen wir den Haarpinsel. Ja, genau. Also mit dem Haarpinsel pinsel ich jetzt ein bisschen über die Außenkontur der Haare drüber. Nur ein kleines bisschen. Gar nicht zu sehr, dass das Ganze ein bisschen aufgelockert wird. Gerade hier oben in dem Bereich. Und genauso hier drüben. Vorher, nachher. Das ist okay. Und jetzt würde ich hier unten einmal auf Farbe dekontaminieren klicken. Und dann wird das Ganze nämlich farblich rausgerechnet. Finde ich ganz gut. Hier links finde ich das ein bisschen zu doll reingewandert. Aber ist gar nicht schlimm. Könntest du erstens in der Intensität ein bisschen steuern. Und zweitens sagen wir, dass wir das Ganze auf einer neuen Ebene haben möchten. Bestätigen wir das mal. Und jetzt können wir nämlich folgendes machen. Ich werde mir mal eine Gruppe anlegen und die nenne ich Haare. Und hier packe ich jetzt diese komplette Ebene rein, die jetzt entstanden ist durch Auswahl und also durch diesen Auswahl verbessern Dialog auswählen und maskieren. Und jetzt werde ich an meine Haargruppe eine Ebene Maske anlegen, die ich jetzt mit Schwarz fülle. Und zwar gehe ich jetzt auf Bearbeiten, Fläche füllen, Schwarz. So. Jetzt wird das ja ausgeblendet. Aber wir müssen die Ebene wieder einblenden. Genau. Jetzt wird unser Effekt ja ausgeblendet. Jetzt können wir uns aber einen Pinsel nehmen, weiße Vordergrundfarbe und können auf dieser Ebene Maske, wo die Ebene drin liegt, die wir über Auswahl und Maskieren verfeinert haben, uns ganz gezielt diesen Effekt wieder reinmalen. So hast du am Ende 100% Kontrolle über das, was dieser Filter letzten Endes mit deinem Bild macht. Vorher, nachher. Das ist in Ordnung, ne? Finde ich. So. Soweit, so gut. Wir gehen nochmal in unser eigentliches Motiv, auf die Ebene Maske und werden diese etwas weich zeichnen, weil ich die Außenkontur tatsächlich etwas zu scharfkantig finde. Und dafür nutze ich mal diesen Weichzeichnungsregler in den Eigenschaftenfenster. Und 0,8, finde ich, reicht schon vollkommen aus. Gehen wir nochmal kurz hier entlang und gucken, ob wir irgendwo noch eine Kante haben. Aber das sieht ganz gut aus. So. Das ist unsere Person. Das ist unser Hintergrund. Die Retusche-Ebene schmeiße ich mal weg. Und jetzt können wir folgendes machen. Wir wollen ja die Person, die werde ich jetzt auch mal in eine extra Gruppe legen, das heißt Person. Zack. Wir wollen das Ganze hier an Schwarz-Weiß wandeln. Und dafür gehe ich jetzt einfach mal in meine Farbgruppe. Du musst das natürlich nicht so in Gruppen ordnen, aber ich mag das immer ziemlich, wenn das so sortiert ist. Und das Erste, was ich mache, um das Ganze in Schwarz-Weiß zu wandeln, ist mir eine Einstellungsebene anzulegen, mit der ich halt die Farben so reduzieren kann, dass ich ein Schwarz-Weiß bekomme. Und ich benutze da sehr, sehr gerne die Verlaufsumsetzung. Schau mal. Wow. Finde ich richtig, richtig gut. Die zwei Ebenen lösche ich mal kurz. Weil die Verlaufsumsetzung funktioniert ja so. Wir können hier einmal reinklicken und dann haben wir hier unten einen Verlauf, den wir definieren können. Das ist aber kein Verlauf, so wie wir ihn kennen, wenn wir ihn zum Beispiel malen oder aufziehen, sondern dieser Verlauf sagt dir im Grunde, ganz links sind die Tiefen, welche Farbe sollen die haben, in dem Fall schwarz. Ganz rechts sind die Lichter, das heißt die hellen Bereiche, welche Farbe sollen die haben. Und alles, was dazwischen ist, wird entsprechend angepasst. Das heißt, wir könnten jetzt hier in den Mitteltönen eine rote Farbe reinsetzen und dann würden die Mitteltöne rot werden. Können wir mal kurz machen. Das heißt, ich klicke hier unten drauf, bekomme einen neuen Punkt, klicke auf Farbe und jetzt nehme ich mir rot. Und du siehst, jetzt werden die Mitteltöne rot. Wenn wir das jetzt natürlich weglassen, dann bekommen wir ein schönes, wie ich finde, Schwarz-Weiß-Bild. Und ich finde das wirklich gut und ich würde das Ganze auch einmal so belassen, wobei ich vielleicht die Tiefen gar nicht in Schwarz umwandeln würde, sondern vielleicht so ein leichtes Grau. Es ist zu hell, es ist zu hell, es ist zu hell, wirklich nur so ein ganz, ganz leichtes. Ungefähr so. Und auch ein kleines Ticken darfst du noch. Ja, das finde ich ganz gut. Das bestätige ich mal. Und jetzt gucken wir uns das Bild mal an und schauen mal, was vielleicht nicht so günstig funktioniert. Also, ich finde, wir haben hier eine kleine Lichtkante und hier eine Lichtkante, die nicht so gut aussieht. Das heißt, die würde ich tatsächlich über den Freisteller, das heißt, in die Gruppe Person, auf die Ebene Maske gehen, hier noch mit rausnehmen. Das heißt, ich nehme mir einen Pinsel, relativ groß, relativ weich, schwarze Forderung und Farbe und jetzt würde ich hier das Ganze mit rausnehmen. Entweder rausnehmen oder teilweise ausblenden. da musst du mal gucken, was besser zu deinem Motiv passt. Ich kann mir vorstellen, dass das so ganz gut aussieht, wenn wir das direkt rausnehmen. Und dann ist auch die Frage, ob wir den Bereich hier oben nicht allgemein ein bisschen abdunkeln. Dafür würde ich mir in meiner Farbgruppe, das heißt, über der Schwarz-Weiß-Einstellungsebene mal eine Gradationskurve anlegen, die ich abdunkel, zum Beispiel so, Ebene Maske umkehren mit Command bzw. Steuerung und I, Pinsel nehmen, weiße Fordergrundfarbe und jetzt würde ich das Ganze hier einmal überpinseln und mal gucken, wie das Ganze so aussieht. Können wir vielleicht noch ein bisschen weiter abdunkeln. Das macht keinen Sinn, so würde der Arm komplett verschwinden. Das heißt, ein bisschen brauchen wir ihn noch und ich glaube, die Gradationskurve lassen wir raus, weil wir haben hier unten auch einen schönen ausgeleuchteten Arm. Hier subsatzbar ein bisschen weg. Ja, vielleicht doch ein kleines bisschen. Dunkeln wir ein kleines bisschen mit ab, dann passt das ein bisschen besser zu dem Unterarm. So, und das wäre mein Vorschlag dafür. Das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen erweitern. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir würden entweder jetzt hier noch retuschieren, wenn wir jetzt sagen wollen, okay, ich lege mir eine Retusche-Ebene an, nehme mir ein Retusche-Werkzeug, zum Beispiel den Bereichs-Reparatur-Pinsel und fange jetzt an, noch kleine störende Elemente hier rauszunehmen, wo ich sage, das macht das Bild so ein bisschen kaputt oder es passt nicht ganz zum Bild. auch mit raus, das Armband. Wir könnten mit Dutch & Burn die Muskulatur noch ein bisschen weiter rausarbeiten, das heißt, ich gehe mal auf meine Dutch & Burn Aktion, bekomme jetzt hier zwei Gradationskurven, aufhellen, abdunkeln und könnte jetzt hier mit einem Pinsel auf der Ebenemaske noch gewisse Bereiche weiter hervorheben. Also wie zum Beispiel diese Ader, die hier rausguckt. Könnten wir jetzt noch weiter ausarbeiten. Wir könnten die Muskulatur im Allgemeinen noch ein bisschen hervorheben, indem wir die eine Seite aufhellen und die andere etwas abdunkeln, also mehr Modulation schaffen. Im gleichen Zuge könnte man das Ganze natürlich aber auch zur Abschwächung nutzen. Also wenn dir vielleicht aufgrund von Lichtthematiken etwas nicht gefällt, könntest du es natürlich auch damit abdunkeln. So. Soweit, so gut. Ich mache jetzt noch folgendes und zwar ist der Hintergrund mir ein bisschen zu clean. Deswegen würde ich jetzt folgendes machen. Ich lege mir eine neue Ebene an, gehe auf Bearbeiten, Fläche füllen und fülle die mit 50% Grau. Ja. Die wandle ich jetzt mal in ein Smart-Objekt um und werde jetzt auf Weichzeichnungsfilter, nein, Weichzeichnungsgalerie, Feldweichzeichnung gehen und werde jetzt ein kleines bisschen Rauschen drauflegen auf meine Ebene. Das heißt, ich gehe auf Rauschen und werde jetzt hier ein kleines Rauschen drüberlegen und zwar erst mal nur über den Hintergrund. So. Bestätige das und werde jetzt die Ebenen in den Ebenen-Modus Weiches Licht bringen und jetzt haben wir hier hinten ein ganz, ganz kleines, dezentes Rauschen. nennen wir das auch gleich mal Rauschen. Wir könnten das Ganze jetzt noch ein bisschen erweitern und zwar könnten wir folgendes machen, wir können uns das Zuschneiden-Werkzeug nehmen und können die Arbeitsfläche etwas erweitern und zwar so, dass die Person jetzt hier im linken oberen Drittel sitzt, also hier schön auf diesem Kreuz. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Bestätige das mal und jetzt können wir zum Beispiel hier auf der rechten Seite noch Text reinschreiben. Wir könnten uns zum Beispiel das Text-Merkzeug nehmen, könnten hier jetzt einen Rahmen aufziehen, den nennen wir machen wir mal Headline draus, können wir ein bisschen größer machen und können zum Beispiel auf den Schriftschnitt extra bold gehen, zum Beispiel können wir uns das einmal duplizieren weil die Ebene fixiert ist. Achso, sie ist in der falschen Gruppe drin, dann lösen wir die kurz auf die Gruppe und jetzt machen wir hier zweite Headline die machen wir nicht ganz so bold, sondern die machen wir nur medium verkleinern die ein bisschen und dann machen wir einmal Fließtext raus, zum Beispiel so, duplizieren wir uns mal ein bisschen mehr und könnten jetzt den Text ein bisschen verkleinern. zack und den fügen wir jetzt einfach hier mit ein. Ja und so könnte man könnten das jetzt in der Deckkraft noch ein bisschen reduzieren. Liegt das ein bisschen in den Hintergrund, ist nicht ganz so hervorsticht. Könnte man zum Beispiel machen, ja, was auch immer. So, aber wir haben uns jetzt angeguckt, wie wir unser Objekt freistellen können, wie einfach wir das Ganze in Schwarz-Weiß wandeln können, wie wir mit den Haaren umgehen, wie wir die Außenkontur noch ein bisschen korrigieren können und wie wir das Ganze mit unterschiedlichen Masken letzten Endes so überblenden können, dass wir halt volle Kontrolle über das haben, was wir letzten Endes haben wollen. Ich habe jetzt noch eine Sache vergessen und die Females gerade ein und zwar, ich habe ja eine Rauschenebene über meinen Hintergrund gelegt. Jetzt haben wir unsere Arbeitsfläche aber erweitert und die Größe der Rauschenfläche Ebene, der Rauschenebene, die ist nicht mitgewandert. Das heißt, die ist kleiner als unser eigentliches Bild, das heißt, unser Rauschen hört mitten im Bild irgendwo auf. Und hier war meine Intention, deswegen habe ich beim Anlegen des Rauschens das Rauschkorn recht klein gehalten von der Größe im Filter, weil meine Idee war dann, die ganze Ebene einfach über transformieren, etwas größer zu ziehen, dass es wieder über das ganze Bild passt und somit diese kleinen Rauschkörner etwas größer werden. Das war meine Idee dahinter, um das am Ende dann auszugleichen, weil mir jetzt schon bewusst war, bevor ich die Arbeitsfläche vergrößert habe, dass diese Ebene nicht mitwandern wird. Die wird nicht mitvergrößert werden. Deswegen muss man die im Nachgang nochmal korrigieren. Haben wir jetzt nicht gemacht, ist ja auch nicht schlimm. Wir haben diesen Sportler jetzt einfach mal in eine, wie ich finde, sehr nette Komposition gebracht. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne mal einen Daumen da. Wenn du mehr solche, ja, ich sag mal, es ist ja irgendwie mal so ein Trend gewesen, Bilder freizustellen und die auf schwarz in den Hintergrund zu bringen, gerade bei Tieren. Manchmal hat man das fotografisch versucht, manchmal wollte man das über die Bildbearbeitung versuchen. und wenn du Lust darauf hast, dass wir mehr solche Bilder kreieren, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Dann schnappe ich mir mal 1, 2, 3, 4, 5 Bilder und dann werden wir das Ganze einmal mit anderen Motiven nachstellen. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es ist eigentlich gar nicht schwierig, sondern relativ einfach. Du musst einfach nur dein Objekt freistellen über eine Freistellmethode deiner Wahl, dann dahinter eine Schwarz-Weiß-Ebene legen. Eigentlich musst du nur eine dunkle Fläche hinlegen, weil ich würde dir empfehlen, wenn du sowas in Schwarz-Weiß wandeln möchtest, nutz die Verlaufsumsetzung. Die macht sowieso alles von dunkel bis hell, in Schwarz bis Weiß, wenn du das so einstellst und dann hast du eine richtig schöne Schwarz-Weiß-Umwandlung. Okay? Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mal gerne einen Daumen, einen Abonnenten, den Kanal und ich würde mich am meisten freuen, wenn wir im nächsten Video uns beide wiedersehen. teile gerne meine Videos, wenn du der Meinung bist, dass andere Leute das auch sehen sollten oder wenn jemand so etwas zum Beispiel gesucht hat. Okay? Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund in dieser komischen Zeit und bis dann. Ich wünsche dir